Eine Sache, die ich leider feststellen muss, das ist wie mit jedem LS-Fahrzeug oder ganz oft mit jedem Standard-Fahrzeug, keiner lädt so auf. Macht das Ding voll, vor allem wenn du hier die Möglichkeit hast zum Zudecken, dann animiert das doch auch gescheit. Ich meine, schau doch mal, dafür brauche ich kein Updeck-Fleece. Das Updeck-Fleece, das wird normal drüber gespannt, zur Hälfte noch oben drauf. Das wäre mal was, finde ich, wo man sich nochmal ein bisschen in Sachen Animationen und so weiter nochmal drüber unterhalten müsste. Leute, ich habe jetzt gerade noch den Rest hier ein bisschen am Einfahren, also ich habe jetzt mal einmal voll gemacht. Zwei, drei Lautungen werden das wahrscheinlich schon werden. Ich habe nur keine Ahnung, wohin damit. Wie gesagt, wir haben so gesehen keinen Platz dafür. Oh ja, die zwangsgelenkte Achse ist sehr geil. Wir können es nur noch in Ballen pressen. Aber glaube ich nicht mit der Gö... Können wir mit der Göweil? Jetzt passt mal auf. Ah, ich glaube aber nicht, dass wir Heu pressen können. Können wir Heu pressen? Wir können Heuballen pressen! Okay! Okay, gut! Dann nichts wie raus mit dem Ding. Dann machen wir das natürlich. Eine kleine Hofballenaktion. Im Ladewagen eingefahren... Äh, eingefahren... Eingefahren... Eingefahren und dann mit der Göweil vor Ort gepresst. Ist eine super Idee. Liegt nämlich daran, weil unsere Ballenpresse... Ach, da liegt noch Silage, oder? Jetzt bin ich gleich falsch abgebogen, auch noch. Da liegt noch Silage, glaube ich, Roman. Und deswegen bin ich da gerade... Ja, okay. Denn unsere Ballenpresse ist nämlich kaputt. Äh, ähm... Und eine Ausweichballenpresse war derzeit nicht lieferbar. Deswegen müssen wir hier auf dem Hof mit unserer Göweil-Ballenpresse arbeiten. Und wir werden das hier drüben machen. Jetzt schauen wir mal. Ähm... Wir wollen auf jeden Fall schon mal 1,50er Ballen ausklappen. Deichsel ausfallen von V. Schauen wir mal. Das ist eigentlich die falsche Seite. Ähm... Kann nur zu Fuß erledigt werden. Einklappen, umschalten, V. Kann nur vom Traktor aus aktivieren. Was? Äh... Ich würde es ganz gerne in die andere Richtung neigen lassen. Das wäre jetzt eigentlich gerade so... Ballenpresse komplett ausklappen, Ballenpresse anschalten. Ballenpresse ändern, Ballenpresse... Automatisches ablegen. Einklappen, Deichsel einfahren. Umschalten links plus V. Ah ja. Okay. Aber er will immer in die Richtung. Ich muss das auch irgendwie in die andere Richtung bringen können. Aber das lässt er mich nicht. Ähm... Also normal kannst du das auch in die andere Richtung gehen lassen. Und das muss irgendwie gehen. Ballenpresse komplett, Ballenpresse anschalten. Aber fragt mich jetzt nicht, wieso das jetzt nicht geht. Hm. Weil ich in die Richtung hänge, oder was? Also noch sind wir so rum da. Und wenn ich mich jetzt so rum hinstelle, dann geht es trotzdem in die Richtung. Leute, was mache ich falsch? Ich bin mir sicher, wir haben das schon mal in die andere Richtung gehabt. Also da bin ich mir echt sicher, dass wir das schon mal in die andere Richtung gehabt haben. Vielleicht wenn ich mich ganz knapp hier herstelle? Ne. Mag er nicht. Er lässt mich nicht. Okay. Dann halt nicht. Dann muss man hier ein bisschen um... um... disponieren. Wir fahren einfach von der anderen Seite rein. Aber da habe ich jetzt fast gar nicht mehr dran gedacht, dass wir ja mit der Göweil das hier Ballen... also hier auch das Heu pressen können. Glaubt, macht nicht... allzu viel Sinn eigentlich? Aber das Ding ist so fucking lang. Du kommst hier nirgendwo gescheit um die Kurve. Müssen wir ordentlich ausholen. So. Jetzt hat's. Eigentlich müssen wir uns noch ein bisschen mit der Deichsaison stellen. Aber ich glaube, jetzt sind wir auf einem ganz guten Weg. Da dürften wir Platz haben. Hier kommt man schön vorbei. Okay. Wir haben noch ein bisschen Gras drin. Das sollte aber kein Problem sein. Ballenpresse komplett einklappen. Ballenpresse anschalten. Jawohl. Ballenzähler zurück. Alt und X. Das war wohl nix. Automatisch ablegen. Anschalten. Steuerung Y. Ne. Steuerung Y. Achso. Steuerung. Ablegen. Anschalten. Okay. Einklappen. Ballenpresse zusammenklappen. Ne. Ich würde sagen, wir sind soweit. Nach langem Hin und Her. Können wir jetzt. Ich glaube, ich habe hier sogar Simple IC installiert. Oder auch nicht. I don't know. Aber wir können jetzt normalerweise. Boah. Das war glaube ich auch gerade ganz knapp. Und das war nicht mehr so knapp. So. Was haben wir denn hier? Machen wir erst mal die Abdeckung auf. Und dann schauen wir doch einfach mal. Und kippen einfach mal das Heu da rein. Und das geht los. Es schaut jetzt so aus, als würde der erste Ball noch ein Grasballen werden. Zumindest ist das optisch Gras. Da sind noch Zuckerröben-Schnitzel drin. Alles klar. Jetzt bin ich aber gespannt, was er als nächstes macht. Weil jetzt ist es ja wirklich nur noch Heu. Der hat hier halt eigentlich so gar nichts verloren. So, was macht er? Ja, das schaut doch schon ganz gut aus. Und er wirft ihn direkt ab. Auch so soll das sein. Diese Animation hier ist leider sowas von schlecht. Der Rest ist echt top. Aber das Ablegen von den Ballen. Nee. Da ist keine Hand da, die mal eben. Wie viel Kilo? 340 Kilo sanft ablegt. Öffnet der das automatisch immer wieder nach? Ja, hier ist nämlich noch drin. Und der hat gerade selbstständig, glaube ich, nachgegeben. Oder nachgefüllt. Ja, okay. Hier ist ein Ball im Weg. Dann tun wir den halt mal auf die Seite. Es geht richtig schön runter, richtig. Das ist wirklich sehr realistisch gemacht hier. Hier ist nämlich der Anschlag. Und wenn der dann mal erreicht ist, dann schießt das Netz ein. Schauen wir mal. Kommt da noch mal was von dem Ladewagen raus? Sollte normal. Außer wir sind mittlerweile... Nee, ihr seht's. Er kippt wirklich von alleine nach. Sehr, sehr gut gemacht. Wirklich 1A. Und ihr seht auch, wir haben jetzt hier größere Heuballen als vorher. Das hier sind die 125er. Jetzt machen wir ja gerade die 150er. Mit 6500 Liter zu 4500 Liter. Und das funktioniert echt gut. Cool. Okay. Dann schauen wir mal. Sind wir hier mittlerweile leer? Jawohl. Das heißt, wir lassen den jetzt hier noch 2-3 Ballen quasi machen. Weil einen kann er ja ablegen. Einen kann er sich in das Ding legen. Und einen kann er noch pressen. Und in der Zwischenzeit holen wir einfach die nächste Ladung. Machen ein bisschen Onboard. Und dann würde ich sagen, bekommt ihr einfach ein bisschen Motorsound. Zumindest das, was man davon hört. Ich finde das. Hallo. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ok, dann wollen wir natürlich auch hier ein bissel, hier fährt man ja dann doch des öfteren mal rein, so ein bissel, dann kann das hier alles so schön sein, genau, hier können wir von mir aus dann tatsächlich mal ein bissel Kies machen, ich weiß gar nicht wo wir Kies haben, hier haben wir so Kies, dann machen wir das hier alles Kies. Wenn das schon hier so schön dargestellt wird, so hier hat sich überall ein bissel Kies verteilt, das kommt natürlich vor, gut und wie gesagt hier, das brauchen wir eigentlich nicht, weil wir hier eigentlich nicht mehr, oder eigentlich nicht sein werden, deswegen gehe ich jetzt auch hier gar nicht rund rum, sondern wir können wenn, dann immer noch rückwärts rausgehen, Dann glaube ich passt das so ganz gut, ok, jetzt kommt dann gleich die große Frage, kriegen wir die Ballen dahin? Und Leute, was meinen da, wie stehen die Chancen, dass wir, ach ja, das war ein anderer Autoloader, ich würde vergessen, ich hatte mal einen anderen, der ging irgendwie verloren, als ich den auf dem Server gepackt habe, Den silbernen, den habe ich nicht verkauft, sondern der war einfach weg, darum habe ich jetzt wieder den hier, aber ich glaube, dass da ein Update rauskommt und deswegen ein bisschen mehr Platz ist, I don't know, Die Frage ist ja nur, kann ich jetzt hier meine Zuckerrübenschnitzel hier abladen? Yes! Und hier ist ein riesen Huckel. Ich habe das doch hier super easy schön angeglichen gehabt. Das geht so nicht. Aber ich konnte meine Zuckerrübenschnitzelballen endlich loswerden. Ja, gleich viel besser. Das heißt, wir schauen mal kurz in die Produktion rein. Zuckerrüben, Zuckerrübenschnitzel oder Zuckerrohr. Wir haben das hier, das heißt, wir aktivieren das, haben 56.000 Liter Zuckerrübenschnitzel drin. Also ich glaube, dass da schon einiges zusammenkommt. Wir haben nämlich noch ein paar Ballen. Von dem her bin ich gespannt. Aber ich wüsste es nicht. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich eine Zuckerfabrik habe. Im LS, das ist jetzt schon die vierte Season. Noch nie habe ich Zucker gemacht. Die Frage ist, wofür brauchen wir Zucker? Wir können es einmal bei der Pizzeria hernehmen. Aber das ist eine Verkaufsstation. Der nimmt Zucker an. Wir haben ja Produktionen. Bäckerei. Der braucht Zucker. Ja, das ist klar. Molkerei, daraus könnte man Schokolade machen. Wir haben aber keine Milch, weil wir keine Milchkühe haben. Ähm, der macht Zucker. Aber, aber wo brauchen wir noch Zucker? Bei der Bäckerei, das haben wir schon festgestellt. Ich glaube, das war es. War da nicht gerade irgendwas von wegen Pizzeria? Nee. Ich glaube, wir brauchen keinen Zucker. Das wiederum heißt für mich, wir machen Ausgabemodus ändern in direkt verkaufen. Weil sonst haben wir hier nur die Paletten rumstehen. Ähm, ist wieder ein Haufen Arbeit. Kann das Zeug gleich weg. Und gut ist. Sehr schön. Dann sind wir wenigstens endlich die Ballen losgeworden. Und dann sind wir nicht die Ballen losgeworden.